Die AfD im Europaparlament will ihr Mitglied Maximilian Krah loswerden. Sieben von neun Mitgliedern beantragen, Krah aus der Fraktion Identität und Demokratie auszuschließen. Einen entsprechenden Brief schickten sie an den Fraktionsvorsitzenden Marco Zanni. Damit wolle man verhindern, als gesamte Delegation ausgeschlossen zu werden. Gestern erst hatte die französische Rechtsaußenpartei Rassemblement National angekündigt, nicht mehr mit der AfD eine Fraktion bilden zu wollen, nicht mehr zusammenarbeiten zu wollen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.